So geht es rüber, auch für eine Scheilbrücke, schaut ja ganz gut aus. So geht es rüber, auch für eine Scheilbrücke. So geht es rüber, auch für eine Scheilbrücke. So geht es rüber, auch für eine Scheilbrücke. Ein wunderbarer Faust ist das, griffig, überall schöne Griffe, absolut spitze und trotzdem kannst du immer überall klammern. Also da kannst du immer sowohl als auch entweder klammern oder dritte Griffe, alles ist möglich. Wunderbar. Dann sind es dann aufholt. Und ein stück ist das, dass ihr ist. Aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020